Sehen Sie schlecht, wenn Sie bei Regen fahren? Die Scheibenwischer reichen nicht aus und Sie sehen die Straße sehr unklar? Fehlende Sicht ist der Grund für viele Unfälle. Damit ist jetzt Schluss. Wir präsentieren ScreenClear Water Repellent. Ganz einfach zu benutzen. Schütten Sie einen Teil ScreenClear direkt in den Wasserbehälter. Durch das Betätigen der Scheibenwaschanlage beginnt das Wasser mit einem Anteil an ScreenClear sofort zu wirken und bildet eine Schutzschicht, die das Regenwasser von den Scheiben abprallen lässt. Egal wie stark es regnet, Sie haben immer eine ausgezeichnete Sicht. Wir haben ScreenClear nur auf einer Seite dieser Scheibe angewendet. Jetzt schütten wir gefärbtes Wasser auf die Scheibe und schauen Sie, wie ein Teil der Flüssigkeit auf der Scheibe zurückbleibt, während sie auf der behandelten Seite gänzlich verschwindet. Es ist unglaublich. Jetzt testen wir es beim Fahren auf der Landstraße. Schauen Sie, wie das Wasser auf der behandelten Seite abgewiesen wird und das ohne Scheibenwischer. Wenn man die Oberfläche der Scheibe durch ein Mikroskop betrachtet, sieht man, dass sie viele Unebenheiten hat, weshalb die Scheibenwischer nicht sauber wischen und sich abnutzen. Wenn man jedoch die Scheibenwaschanlage betätigt, bildet ScreenClear eine absolut glatte und transparente Schicht auf der Scheibe, wodurch die Scheibenwischer zu 100% effizient werden, länger halten und somit Geld sparen. Wir beweisen es an dieser Scheibe. Auf einer Hälfte wenden wir ScreenClear an. Sehen Sie den Unterschied. Auf der behandelten Seite gleitet das Glas sanft wie von Zauberhand geführt. Im Gegensatz dazu gleitet das Glas auf der nicht behandelten Seite nur schwer, bedingt durch die Unebenheiten der Scheibe. Es ist ganz einfach zu benutzen. Schütten Sie einen Teil ScreenClear direkt in den Wasserbehälter. Durch das Betätigen der Waschanlage beginnt das Wasser mit einem Anteil an ScreenClear sofort zu wirken und bildet eine Schutzschicht, die das Regenwasser von den Scheiben abprallen lässt. Egal wie stark es regnet, Sie haben immer eine ausgezeichnete Sicht. ScreenClear – die definitive Lösung für eine stets gute Sicht durch die Scheiben Ihres Autos. Das ist jedoch nicht alles. Um das Beschlagen der Scheiben und somit eine schlechtere Sicht zu vermeiden, enthält das ScreenClear-System auch den ScreenClear Anti-Fog. Ein kraftvoller Glasreiniger, der verhindert, dass die Autoscheiben beschlagen. Sie brauchen nur ScreenClear Anti-Fog auf die Innenseiten der Scheiben zu sprühen und mit einem Tuch nachwischen. Kein Beschlag mehr, der Ihnen die gute Sicht nimmt. Es ist bewiesen, dass die Anti-Beschlag-Systeme der Autos laut sind. Und außerdem müssen Sie sie dauernd ein- und ausschalten. Und Sie beseitigen den Beschlag nur zeitweise. Im Gegensatz dazu bringt Ihnen eine einzige Anwendung von ScreenClear Anti-Fog beschlagfreie und geschützte Scheiben über Monate. Wir zeigen es Ihnen mit dieser Scheibe und diesem Dampfreiniger. Sehen Sie den Unterschied zwischen der mit Anti-Fog behandelten und der nicht behandelten Seite. Es ist unglaublich. Sie können ihn auch zum Reinigen aller Scheiben Ihres Autos benutzen und Sie so vor Beschlag schützen. Vor allem aber auch die Spiegel. Sie werden eine perfekte Sicht haben. Kaufen Sie jetzt das Set bestehend aus. ScreenClear Water Repellent für das definitive Abweisen des Regenwassers und ScreenClear Anti-Fog die perfekte Lösung gegen beschlagene Scheiben. Ihre besten Verbündeten. Mit Ihnen werden Sie immer eine gute Sicht haben, unabhängig von den Wetterbedingungen. Warten Sie nicht länger und kaufen Sie Ihr ScreenClear Set jetzt.